Wussten wir es doch, dass hier was faul ist. Schon wieder am Boden ey, ich weiß wie schnell der ankam ey, ich glaub ich hab das nie geschafft ey. Wurscht was wieder ankam ey, nein möchte ich nicht, ein paar mal werde ich es noch probieren und danach werde ich sagen okay, das reicht mir. Sonnenpitz! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab's geschafft. Boah. Wie ich's dumm für uns finden. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So, California Fire and Life Investigator. I need an address on the Keystone Film Company. The address is... 658 North Wilton Place. Is there anything else? No, thank you, ma'am. Okay. Dann döschen wir mal drauf hin. So, gehen wir mal auf die Map. Ich will gucken, ob hier der nächste Fall ist. Ah, nein. Dann zu Keystone Films. Das wird auch von Mal zu Mal irgendwie verrückter und verstrickter. Was für Leute da alles drinstecken und sowas. Was ist dein Problem? Und am Ende sind es alle ganzen Hohentiere, also all die ganzen Hohentiere, also all die ganzen Hohentiere, in L.A. Ups. Äh. Ich habe einen Job. Alter, die, die Wagen sind auch so breit, ey. Da kann ich doch nicht ausweichen, wie Jack und so immer. Nicht erwarten von mir. Voll kacke. Alter. Friedlich einspielen. Das wird verungsschillen. Verungsschillen. Ups. Da ist er doch. Hi, Mac. Ich arbeite für California Fire & Life. Ich bin in ein Industrie-Achzident. Hier? Nein, nicht hier. Ich habe ein Verwaltung auf Normandie Avenue. So? Ich habe ein paar Lumber da oben da, die die Keystone-Name auf dem. Wir haben seit 1941. Ich habe noch nicht die Verwaltung in Talkies. Die Suburbaner-Developung-Fund sind auf dem Ort. Ich weiß, was die Suburbaner-Developung-Fund? Nix. Ich habe noch einen Blick auf den Weg. Ich bin ein bisschen hungry. Wenn jemand hier ein paar Bucke verlassen würde, dann könnte ich auf die Straße gehen und ein paar Koffie kaufen. Ist da eine Karte für die Karte? Nein. Die Einwander-Developung-Fund sind die Elysian-Fund. Sie arbeiten auf ein Verwaltung in Wilton und Santa Monica. Du musst es auf den Weg. Dann gönn dir mal ein KW. Schreibst mal hier drüber. Lieschenfils von bla bla bla. Von einem Filmstudio. Hier haben wir noch was. Inferior Quality. Ah, haben wir schon. Okay. Okay. Dann auf zu den Gebäuden. Oh, erstmal. Ah ne, da kann ich nicht lang. Screening Room. Was haben wir denn hier? Ein Pferdchen. Hm. Was ist das denn? Suburban Redevelopment Fund. Let's see what the rich and powerful have to say for themselves. Ich bin nicht alle. Ich bin nicht alle. Er, ich bin nicht alle. Ich bin alle. Wir müssen eher das. Wir müssen jetzt sagen. Wir müssen jetzt schon mal wieder. Wir müssen starten. Öff. Das war's für heute. Das war's für heute. So nicht richtig, ey. So nicht richtig, ey. So nicht richtig, ey. Okay, ich hab's anscheinend geschafft, okay. Es war andersrum, das hab ich nicht gesehen. Der Suburban Redevelopment Fund. Der Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development for returning G.I. Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. He is our latest investor in the Suburban Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson, he's Vice President of the California Fire and Life. Pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, Editor of the Times. Doctor. District Attorney Don Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. I find that those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion picture industry. Hear, hear. And it's something that every sucker getting off a train at Union Station wants a part of. Gentlemen, we're here to sell the American Dream. And Hollywood is our greatest advertiser. So, how is your new development selling, Leland? Cannot throw them up fast enough, Ray. And that's part of the problem, Leland. Washington is receiving steady complaints. There's a clamor for public housing. God damn it, Ray. Public housing is tantamount to communism. That's why we fought this goddamn war. I'm telling you, it's reds by the back door. You can't have it both ways, Leland. The new freeways are being built to service all your developments out in the boondocks. They're all being built with government money. The GI Bill is government money. There's a difference. What difference? The GI money ends up in my pocket. I hope you mean in our pockets, Leland. We're all investors. Poor, Kurti. So, when will the freeway bond be passed on? It still has to be ratified. Takes a long time to raise three billion dollars. I need to find a Gamewell or a telephone. And a great deal. Shit. That is a good number. Like I thought, there are all the big heads. I'll be in the office. 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 Then I'll be in the office. Operator, think you could put me through the police dispatch? Thanks. Putting you through now? Das ist Jack Kelso, Investigator für California Fire & Life. Kannst du mich durch für Curtis Benson, bitte? Just a moment, bitte, Mr. Kelso. Jack, wie kann ich helfen? Do you know anything about the Suburban Redevelopment Fund, Mr. Benson? I've heard of them, Jack. Building new homes for G.I.s. With green lumber that was used on movie sets. Jack, are you working the Buckwalter case? Mr. Benson, are you part of the Suburban Redevelopment Fund? Jack, I want you to listen very clearly. Call Miss Lickman. Call her as soon as you hang up. Arrange to see her tonight and get her to agree to the settlement. Do it tonight. Do you hear me? Yes, sir. End of story, Jack. I don't want to hear another word about Elsa Lickman or Luke Buckwalter. Can you put me through to Michigan 221? Putting the call through. Hello? Miss Lickman, it's Jack Kelso. Yes, Mr. Kelso. I've been looking into your case. Yes, and what have you found? It doesn't look good. I need to see you. Meet me at the Blue Room. I work there tonight. I take a break around 9. I'll be waiting at the stage tour. We can talk then. Of you the same, Mr. Kelso. Thanks. Of the videos then. That is cool. And don't suppose I'll make a plea. Cause, baby, you know I'm guilty. Well, I don't see you. Was warst du mit ihm? I was doing what you asked. I didn't ask you to meet him in an alleyway. Why do you snarl at me? Your friend came to ask me to accept the insurance. He's not my friend, Elsa. I think he's a brave man, and you have placed him in great danger. You've involved him in something, and he has no idea of the risk. Can you live with that, Cole? Elsa, I need his help, and he hates my guts. Forget the past, Cole. He deserves a chance to say no. If he helps you, let it be only his terms. I'll go see him in the morning.